Gestern habe ich über eine Sache gesprochen und die ist heute eingedreht und die schauen wir uns jetzt an. Und zwar das ist folgendes, der Fear and Greed Index, hier bin ich, ist auf 21 gefallen. Gestern war der Fear and Greed Index bei 47 und was wir zusätzlich noch sehen konnten, das finde ich sehr, sehr spannend. Sie sagen, dass Bitcoin, Ethereum, Binance und so weiter über 6% gefallen sind aufgrund einer neuen Gesundheitskrisenvariante. Und in diesem Video sprechen wir über die Bitcoin-Preisprognose, ob es sinnvoll ist, jetzt Bitcoins zu kaufen, welche Crypto-News uns gerade erwarten, wie das den Markt beeinflussen wird. Und wir sprechen darüber, was das Weltwirtschaftsforum gerade für eine Studie veröffentlicht hat und wie uns das betrifft. Insbesondere, wenn wir gerade in Kryptowährungen investiert sind bzw. investieren wollen. Also schau dir das Video unbedingt bis zum Ende hin an. Viel Spaß dabei. Und hier siehst du nochmal den Absturz, aber was wir auch sehen können, Bitcoin erholt sich gerade. Und zur gleichen Zeit konnten wir ebenfalls eine sehr interessante Sache sehen. Und zwar hat El Salvador die Chance genutzt und sie haben jetzt noch einmal Bitcoin nachgekauft. Das siehst du hier. El Salvador hat während des Dips gekauft und zusätzliche 100 Bitcoin zu ihrem Portfolio hinzugefügt. Und zusätzlich sehen wir, dass Marktanalysten gesagt haben, dass der Markt sich nicht in einem Kryptowinter befindet, trotz dessen, dass er um 20% zurückgegangen ist. Und was ich sehr spannend finde ist, dass sie ihre Prognose geändert haben oder einige ihrer Prognose nun geändert haben, zuvor hieß es, Bitcoin wird Ende 2021 auf 100.000 Dollar pro Bitcoin steigen. Jetzt ist es so, dass sie sagen, dass Bitcoin erst in 2022 auf 100.000 Dollar pro Bitcoin steigen wird. Wie du es auch hier sehen kannst, Bitcoin wird auf 100.000 Dollar pro Bitcoin in 2022 steigen. Und eine Sache finde ich sehr interessant. Der Gründer von FTX, der Plattform FTX hat gesagt, dass Solana und Avalanche Bitcoin übertreffen werden. Er sagt konkret, das nächste Bitcoin würde so etwas sein wie Solana und Avalanche. Und trotzdem sagt er ebenfalls noch, dass es Solana vermutlich nicht werden wird, weil sie es verpasst haben, die Massenadoption zu erreichen. Die Frage ist natürlich, wird irgendeine andere Kryptowährung Bitcoin übertreffen? Und hier müssen wir eine Sache beachten. Bitcoin ist bei den meisten Menschen als Nummer 1 verankert. Das heißt, die meisten Menschen denken, wenn sie an Kryptowährungen denken, an Bitcoin. Und die meisten investieren in Bitcoin. Das heißt natürlich auch, dass Bitcoin die Nummer 1 Position in den Köpfen der Menschen hat. Und diese Position zu ändern, wird sehr, sehr, sehr schwer. Deshalb hat Shamad Paliabdja auch in einem Interview mal gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Bitcoin die Nummer 1 Position abgeben wird. Und er hat zusätzlich gesagt, dass er sich sehr sicher ist, dass Bitcoin Gold als Wertspeicher ablösen wird. Und das können wir immer mehr und mehr sehen, dass Gelder aus dem traditionellen Markt, beispielsweise aus Goldinvestments, abgezogen wird. Und das wird dann in Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert. Unter anderem als Schutz gegen die steigende Inflation, die wir immer mehr und mehr sehen können. Und bevor wir weitermachen, hier siehst du mich nochmal, möchte ich dich an die Road to 10% erinnern. Das heißt, wir haben aktuell nur knapp 3% der Menschen in Deutschland, die in Kryptowährungen investiert sind. Und ich möchte mit euch das Ziel erreichen, dass 10% der Menschen in Deutschland in Kryptowährungen investiert sind. Und natürlich ebenfalls auch in Österreich und in der Schweiz. Weil, wie Raoul Pell schon gesagt hat, das ist die Chance unseres Lebens, um lebensveränderte Summen an Geld zu verdienen. Und deshalb gibt es die Road to 10%. Das heißt, jeder, der mitmacht, kann 1000 Dollar in einer Kryptowährung seiner Wahl gewinnen. Und was musst du dafür tun? Du musst nichts anderes tun, als jedes Video, das mit einem Alarmsignal gekennzeichnet ist, zu liken und zu kommentieren. Also alle Videos im Zeitraum vom 18.11. bis 13.12.2021 liken und kommentieren. Und natürlich auch den Kanal abonnieren, wie du hier sehen kannst. Und danach, wenn du das gemacht hast, folge mir unbedingt auf Instagram. Achte auf die URL hier. Denn es gibt sehr, sehr viele Scammer, die sich als mich ausgeben und versuchen, dir dein Geld und deine Kryptowährungen zu stehlen. Und das wollen wir nicht. Folge mir ebenfalls auch auf Telegram. Dort erhältst du Kryptonews, du hältst Updates. Sachen, die ich hier auf YouTube nicht veröffentliche. Und zum Schluss wird per Zufallsprinzip ein Kommentar unterhalb der Videos ausgewählt. Unter einem der Videos. Deshalb alle Videos kommentieren und liken. Und danach wird der Gewinner auf Instagram und auch auf Telegram veröffentlicht. Zusätzlich können wir eine spannende Sache sehen. Die Zentralbanken, die das Buzzword Financial Inclusion, also finanzielle Inklusion, ich sage dir gleich, was es ist, sie nutzen das, um die wirtschaftliche Freiheit einzuschränken. Und zwar im Geheimen einzuschränken. Und was heißt jetzt finanzielle Inklusion? Finanzielle Inklusion heißt folgendes. Das bedeutet die Verfügbarkeit von Dienstleistungen der formellen Finanzbranche für alle und deren Nutzung durch möglichst viele. Beziehungsweise das ist deren Ziel. Sie sagen zwar, dass für alle das verfügbar sein soll und durch möglichst viele das genutzt werden soll. Doch die wirkliche Frage ist, ist es nützlich für viele oder ist es nur nützlich für ein paar wenige? Und das schauen wir uns jetzt konkret an. Denn in diesem Artikel siehst du, dass das Weltwirtschaftsforum eine Studie veröffentlicht hat. Die schauen wir uns gleich an. Und hier sagen sie, dass es nur Lippenbekenntnisse in Bezug zu Kryptowährungen darstellt. Und in dem Artikel steht eine interessante Sache, die letztlich den Kern des Problems darstellt. Und das ist folgendes. Sie sagen, also die Zentralbanken sagen folgendes. Oder auch das Weltwirtschaftsforum sagt. Sie sagen, dass sie eine digitale Zentralbankwährung einführen wollen, dass sie Fiatgeld 2.0 einführen wollen. Obwohl, wie wir bereits wissen, Kryptowährungen all das schon abdecken, was das Fiatgeld 2.0 erreichen soll. Denn wie du hier sehen kannst, sie wollen die Leute erreichen, die über kein Bankkonto verfügen und den armen Menschen helfen, am Finanzsystem teilzuhaben. Doch Kryptowährungen, wie du hier das sehen kannst, machen das bereits schon. Durch Kryptowährungen werden genau diese Menschen erreicht, wie wir das in El Salvador bereits sehen konnten. Und eine Sache, die ich noch mit dir diskutieren möchte. Glaubst du, dass das dann eintreten wird, was du hier sehen kannst? The Metaverse. You'll own nothing and you'll be happy. Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare und lass uns jetzt die Studie des Weltwirtschaftsforums anschauen. Sie schreiben hier, was ist der Vorteil von Stablecoins in Bezug auf die finanzielle Inklusion. Das heißt also, dass alle letztlich am Finanzverkehr teilhaben können. Und das ist sehr interessant, denn wie du sehen kannst, ist es ein White Paper aus dem November 2021, also aus diesem Monat. Und was sie hier sagen, ist folgendes. Finanzielle Inklusion bedeutet, dass Einzelpersonen und Unternehmen Zugang zu nützlichen, wie sie hier sagen, was du hier sehen kannst, und bezahlbaren Finanzprodukten und Dienstleistungen, die ihre Bedürfnisse bedienen, haben. Und das umfasst Transaktionen, Bezahlungen, Ersparnisse, Kredite und Versicherungen. Und das wird durch eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Art und Weise ausgeliefert. Was ebenfalls in diesem Dokument angesprochen wird, warum so viele Menschen in Kryptowährungen jetzt investieren und vermutlich auch in der Zukunft mehr investieren werden, ist folgendes. Sie trauen den Finanzdienstleistern, also den Banken und oder den Regierungen oder der Regierung nicht, wie du das hier auch sehen kannst. Dann gibt es noch Herausforderungen in der digitalen und finanziellen Bildung. Die Frage ist natürlich, woher kommt das? Schau dir das Schulsystem an, schau dir an, was Robert Kiyosaki immer sagt. Sie versuchen, die Menschen arm zu halten. Deswegen wird in der Schule auch nichts über Geld beigebracht, sodass die Menschen genug Geld verdienen können, um ein wirklich finanziell freies Leben führen zu können. Und sie sagen noch, dass es Sicherheitsbedenken dazu gibt, dass die Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Und was ich sehr spannend finde, ist folgendes. Sie wollen eine finanzielle Inklusion. Sie wollen also, dass jeder Zugang zum Finanzverkehr hat, aber sagen zur gleichen Zeit, dass man sich ausweisen muss. Das heißt, die Hürde wird wieder hier aufgebaut, dass nicht jeder daran teilhaben kann. Und sie sagen auch, dass es nicht genügend Finanzinstitute gibt, sodass die Menschen keine Möglichkeiten haben, am Finanzverkehr teilzuhaben. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind und uns das Ganze mal anschauen, jeder Mensch oder nahezu jeder Mensch verfügt über ein Mobiltelefon. Das heißt, durch Internetzugang kann jeder über Kryptowährungen am Finanzsystem teilhaben. Doch das schreiben sie in diesem Bericht hier nicht. Sie sagen halt einfach nur, dass die Ausweisdokumente fehlen, um am Finanzverkehr teilzuhaben und es nicht genügend Banken gibt. Und zum Schluss sagen sie eine sehr, sehr spannende Sache und das ist folgendes. Das heißt, Menschen, die bereits über ein Mobiltelefon verfügen und Kryptowährungen haben, das reduziert nicht die Barriere zur finanziellen Inklusion. Das heißt also, dass mehr und mehr Menschen am Finanzsystem teilhaben können. Und sie sagen ebenfalls noch, dass Stablecoins ähnliche Probleme haben wie Fiat-Währungen, wie beispielsweise bei der Adoption oder dass mehr Menschen erreicht werden und so weiter. Doch die Frage ist, ist das wirklich so? Wenn wir Kryptowährungen und das traditionelle Finanzsystem vergleichen, dann können wir erkennen, dass durch Kryptowährungen der Zugang zum Finanzsystem erleichtert wird, weil es einfacher ist und durch das Fiat-Geld, durch das Bankensystem wird das Ganze erschwert, weil nicht jeder ein Bankkonto bekommt, nicht jeder dafür geeignet ist. Es werden also Hürden aufgebaut, es werden künstliche Hürden aufgebaut und das führt nur dazu, dass Menschen vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden. Daher ist es so wichtig, dass mehr und mehr Menschen von dieser Aktion hier erfahren, die Road to 10%, dass mehr und mehr Menschen verstehen, dass sie wenigstens einen Teil ihres Geldes in Kryptowährungen, in Bitcoin investieren. Was denkst du über diese ganze Sache? Glaubst du, dass der Rücksetzer von Bitcoin auf eine neue Variante der Gesundheitskrise zurückzuführen ist? Glaubst du, dass wir folgendes bald sehen werden? You will own nothing and you'll be happy, the metaverse, and here, das nochmal. Und was denkst du in Bezug auf die Studie des Weltwirtschaftsforums, in Bezug zu Stablecoins und dem Fiat-Geld? Glaubst du auch, dass das Fiat-Geld 2.0 die bessere Möglichkeit ist, um eine finanzielle Inklusion zu erreichen? Oder denkst du, dass es über Kryptowährungen besser erreicht werden kann? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare und gib dem Video, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch und nimm am Gewinnspiel teil, wenn du Bock hast, 1000 Dollar in einer Kryptowährung deiner Wahl zu gewinnen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, wie gesagt, und schau dir jetzt das nächste Video an. Wir sehen uns dort, bis gleich.